So Freunde der Nacht, nachdem wir in einem hochdramatischen Spiel 8 gegen Irland gewonnen haben, wollen wir jetzt im nächsten antreten, und zwar gegen Rumänien. Boah, das schaffen wir nie im Leben. Das sag ich euch jetzt schon. Guck mal, wo ist jetzt mein Torwart? Mein Torwart ist auch hier, also 4, das ist gut. 4, 2, machen wir mal so. Nein, nicht Mann, ich wollte mal nur L machen. Egal, wir verlieren eh, ist sowieso egal, was wir machen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir das schaffen. Ja, das ist super schwer, das ist echt. Boah, wie schnell der ankam, wie soweit er auf einmal so schnell. Kann man irgendwie rennen oder so? Komm, Nummer 10. Hau ihn rein. Oh, an den Pfosten und dann gehalten erst. Das wäre ein Tor geworden, wer hätte ich genau... Ist nicht wahr. Hätte ich genau gezielt, wer ist ein Tor geworden? Gelb, Gott sei Dank. Na, der Schiri ist schon mal sehr streng. Zumindest bei uns, beim Gegner, wahrscheinlich wieder nicht. Hm, zu lange nachgedacht. Ja, lauf. Warum hat der mich wieder eingeholt hier? Was soll das? Ja, was soll das? Wow. Hm, gerade am Ball direkt hingehauen wieder. Wieso ist er jetzt wieder keiner? Wie, wieso, ist er wieder keiner? Mahn. So alleine vorm Tor, ne? Und dann doch nicht alleine vorm Tor. Oh. Shut the shit. Okay, okay. Komm! Jaaa! Endlich mal! Yes, yes, yes! Cut, yes, 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 ne? Kennt er ja. Hä? Hatte mir doch so geil den Ball erkämpft. Jep, alles kein Foul. Aber wenn ich gleich wieder, dann ist es wieder Foul. Wetten? Hallo, nimm doch den Ball mit. Ja, weißt du was, einfach mal... Nein, doch nicht so. Einfach mal von da schießen, wollte ich sagen. Jawoll! Es klappt! Geil! Noch! Dennoch nicht so viel zurück. Boah! Unser Torwart hält. Gibt's ja mal nicht. Weiter dribbeln! Weiter, weiter, weiter! Ja, ist egal. 19 Sekunden. Äh, ja. Doch, Sekunden noch. Ich wollte gerade nochmal eben schießen. Aber ist jetzt eh egal. Halbzeit 2-0. Wir haben Grund zur Freude. Ähm, ja. Ich nehme wieder und dann manuell bitte. Ja. Oh oh. Die Musik gefällt mir gar nicht. Hau ihn doch mal um. Nein! Ausgerechnet die gute Nummer 4. Die kriegt jetzt die rote. Scheiße. Oh! Gibt's ja gar nicht. Keine rote Karte. Wow. Die Scheiße ist ja, dass ich nicht sehe, was hier hinter mir ist. Das ist echt gemein. Ja, rennt doch mal einer hin da zum Ball. Weg damit! Abstoß! Bababada! Dadadada! Der schießt so heftig. Ist klar. Hätte er nicht mal reingehen können. Das ist ja doch mal ein superschönes Tor geworden. Alter Schwede. Ich versuch mal jetzt mal. So. Und dann muss da natürlich einer kommen. Und da kommt keiner. Einfach mal hier so. Ach. Komm nochmal. Wie oft darf ich denn noch? Finde ich natürlich gut, wenn ich hier öfters schießen darf. Wann ich mal die Chance noch einen Tor zu machen? Ähm. Nein. Dritte Foul schon. Das muss jetzt mal rot sehen. Ja. Da 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 da. Da 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 da. Oh. Ausgerechnet einer von ganz hinten. Äh. Ne. Das ist zu gefährlich. Da 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 da. Ich mach das jetzt mal so, dass ich hier gar nicht mehr... Ähm. Scheiße. Einfach nach vorne. Schießen rein. Nein. An den Pfosten wieder. Weißt du nicht was reinschießen heißt, ne? Nein. Das war doch ein Foul. Ein bisschen hin und her schießen. Hauptsache. Ah. Nein. 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 Hauptsache kommt uns nicht vor das Tor, wollte ich sagen. Nein. 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 Das wollte ich gar nicht. Drin. 3-0. Yes. Wir haben es geschafft, Freunde. Geil. Hätte ich nicht gedacht. Das war so eine Quall gegen Irland. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen. Minute noch. Also wenn er ein Tor macht, dann wäre das noch okay. Zwei wäre sogar noch okay. Was er nicht schafft. Was er nicht schafft. Er schafft. Wenn überhaupt eins. Oh oh. Die zweite rote Karte. Ähm. Oh. Wieder gelb. Jujui. Was war das? Okay. Nein. Du machst jetzt keine Scheiße mit mir. Oh oh. Oh oh. Ich hab Angst. Freunde, ich hab Angst. Freunde, 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 Freunde. Nein. Das passiert nichts mehr. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Geil, ich weiß nicht warum mein Torwart nicht gesprungen ist, aber sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir machen noch mal weiter. Mit dem zehnten Spiel, oh mein Gott. Gegen Kamerun. Oha, was sind das für heftige, heftig starke Gegner? Boah. So, gucken wir mal, ob es weiter so gut läuft. Ich glaube nicht. Was? Ich dachte schon. Wäre natürlich traumhaft gewesen. Wenn wir direkt zu Beginn das Tor gemacht hätten. Ah, nein, 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 nein. Ach, scheiße. Scheiße, Ecke. Ecken mag ich nicht. Yep. Bis nach rechts. Yes. Eigentor, ne? Geil. Danke, Nummer 10. So. So. Ich wollte gerade schießen. Schieß. Was für Fouls hier, ey. Ja, natürlich. Endlich mal. Gib direkt die rote. Bitte, 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 bitte. Äh, scheiße. Ich kann ja froh sein, dass überhaupt mal gegen den Computer faul gepfiffen wird. Ich glaube, das war wirklich nur im ersten Spiel so. Hallo. Hallo. Jetzt lass dich doch umhauen, du schwarzen Drecksau. Jetzt lass dich doch umhauen, du schwarzen Drecksau. Ja, du schwarzen Drecksau. Jawoll, ne rote. Aber unser Rudi ist verletzt. Das ist nicht gut. Tauschen wir gegen den Otto. Scheiße. Och man, ich wollte auch anders schießen So Ja Yes Yes, 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 yes Ja, 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 jawoll Jetzt macht es auch Spaß, jetzt wenn es läuft Weißt du auch nicht, was ich anders mache als gerade, aber Wenn das jetzt ein Tor geworden wäre, ne Jetzt hau ihn um da Kann ich auch ne Rote kassieren Oh 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 Ist das nicht ganz so schlimm Einfach draufhauen Ja, das war zu Zu weit weg Mist Das hier jetzt aber Ja Geil Geil, geil, geil Goal, geil, 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 geil Geil Geil, 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 ich weiß nicht woran es liegt, ich habe echt keine Ahnung Angriff Guck mal, die sind alle gleich Also meine Fouls sind genauso heftig eigentlich Aber Keine Ahnung Wahrscheinlich sind das rassistische Schiedsrichter Gerade hatten sie was gegen mich, jetzt haben sie was gegen den Zeichert Aberuhan Gerade war einer deutschen in Deutschland Äh Äh Feindlich Äh Äh Jetzt ist einer äh äh Kamerun feindlich Ja Könnte ich den jetzt umhauen ist doch garantiert ein Paul Ne Ich sag're genres Ich habe ihn gar nicht whe ge harus die nummer 13 die kann gar nix ja die kann doch gar nix aber die nummer 13 14 14 14 nummer 14 hey hallo hallo alter wieder ein faul vielleicht hat er keine spieler mehr halbzeit ok ja das läuft doch gut lalalala das läuft gut das ist gut ich mache weiterhin so sehr schön da hat man die zwei gesehen die vielen jetzt die buschmusik aus jamaika kamerun wieso hat er jetzt so viel wieso hat er einen vorne gehabt was soll die scheiße wieso war ich jetzt alleine vorne also wieso war der alleine vorne das gibt so nicht kommen rot machen wir bessere chancen rot 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 natürlich mhm ja wie der war nicht drin hauptsache weg musste der ein tor schießen jetzt wird es doch noch mal spannender als ich möchte lang auch so vier minuten werden können er hält man wieder fabelhaft ein das weiß man faul gibt's gar nicht und ich krieg sofort rot 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 Kein rassistischer Schiri. Nein, das war scheiße. Verdammt scheiße war das. Weiter. Hier hörst du nur schreien und fallen und alles. Sehr schön. Das war gut. Natürlich nicht von mir, wir wollen uns ja nicht selber loben. Hallo. Eigendob stinkt nämlich. Hallo. Ist es denn wahr? So, Vorsprung verschafft. Schieß. Verdammt ey, ist das spannend. Musste der wieder ein Tor schießen? Vor allem was für eins. Oh, schade, 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 schade. Jo, im Elfmeterraum heftigst umgehauen. Bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Mhm. Der holt mich auch natürlich ein. Jawohl. Hol die Karte raus. Nicht die gelbe. Mist. Los, flieg ins Aus. 40 Sekunden. Hauptsache weg hier. Weg, 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 weg. 16. 16. Boah. Fickt euch doch. Fickt euch. Yes. Gewonnen. Geil. Geil, geil, geil. Freunde der Nacht, ich hätte es echt nicht geglaubt, dass ich das schaffe. Wurde ja noch zum Schluss richtig spannend. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.